Die richtige Ernährung für deinen Körperbautyp Unsere Körperform genau zu kennen, kann uns bei der richtigen Auswahl der Lebensmittel und bei der Gewichtsabnahme helfen. Du hast festgestellt, dass sich an bestimmten Körperstellen Fett angesammelt hat. Du hast die Diät deiner besten Freundin ausprobiert und sie hat nicht funktioniert. Wir sind alle unterschiedlich, deshalb solltest du wissen, wie die richtige Ernährung für deinen Körperbautyp aussehen muss. Nicht nur Gewohnheiten, auch Erbfaktoren und Veranlagung spielen beim Körpergewicht eine wichtige Rolle. Der amerikanische Psychologe William Herbert Schildern unterscheidet drei Arten von Körperbautypen, Ektomorph, Mesomorph und Endomorph. Ernährungswissenschaftler und Ärzte berücksichtigen deshalb bei der Erstellung individueller Ernährungspläne auch diese Informationen. Wenn du erfolgreich abnehmen möchtest, sollst du wissen, welches dein Körperbautyp ist, um die richtige Ernährung einzuplanen. Ektomorpher Körperbautyp oder Bohnenstange die richtige Ernährung für deine Figur, Schlauchform als Ektomorph werden schlanke, dürre Körper bezeichnet. Menschen mit diesem Körperbautyp setzen in der Regel kein Fett an und haben Schwierigkeiten zuzunehmen. Es ist wichtig, einen Arzt zurate zu ziehen, um medizinische Probleme auszuschließen. Auch wenn der Fettanteil bei diesen Menschen für gewöhnlich niedrig ist, fällt es ihnen schwer, Muskelmasse aufzubauen. Wenn du dich mit diesem Körperbautyp identifizierst, sollte die richtige Ernährung für deine Figur so aussehen, Kohlenhydrate, 55% Eiweiß, 25% Fett, 20% empfohlene Lebensmittel. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, solltest du folgende Lebensmittel in deinen Speiseplan integrieren. Hülsenfrüchte, mageres Fleisch, Milchprodukte und Eier, Gemüse und Früchte, Avocado, Trockenfrüchte, Olivenöl, Volk und Getreide. Bewegung Du solltest darauf achten, nicht zu viel Kardiotraining zu machen und dich eher auf Krafttraining konzentrieren, um Muskelmasse aufzubauen. Übungen mit Gewichten sind ideal, um die Figur zu formen und an Muskelmasse zuzulegen. Mesoformer Körpertyp oder Apfelform und richtige Ernährung Die richtige Ernährung für deine Figur Apfelform Frauen mit einem mesomorphen Körper müssen nicht unbedingt übergewichtig sein. Ihr Problem besteht hauptsächlich darin, dass sich das Fett um die Hüfte herum ansammelt. Auch die Gefahr für Bauchspeck und Blähungen ist größer, insbesondere natürlich bei schlechten Ernährungsgewohnheiten. Wenn das auf dich zutrifft, sieht die richtige Ernährung für deine Figur folgendermaßen aus. Kohlenhydrate, 40% Eiweiß, 30% Fett, 30% empfohlene Lebensmittel Obst und Gemüse, mageres Fleisch, fettarme Milchprodukte, Trockenfrüchte und Samen, Vollkorn, Getreide und Hülsenfrüchte verzichten solltest du auf Fastfood oder stark verarbeitete Lebensmittel, Softdrinks oder kohlensäurehaltige Getränke, Frikassee und Dosenprodukte, raffiniertes Mehl, Bewegung, Mesomorphe Körperbautypen sollen genetische Vorteile haben, da sie ihre Figur besser als andere formen können. Zusätzlich zu einer gesunden Ernährung ist jedoch ausreichend Bewegung grundlegend, um die Muskeln zu trainieren. Am besten solltest du Herz-Kreislauf-Training und Krafttraining kombinieren. Außerdem ist es gesund, regelmäßig Yoga oder Pilates zu machen. Diese Sportarten helfen dir dabei, das Gewicht zu halten und die Muskeln zu definieren. Endomorpher Körperbautyp oder Birnenform die richtige Ernährung für deine Figur Birnenform Menschen, die zu dieser Kategorie gehören, haben einen langsamen Stoffwechsel. Diese Personen neigen zu Übergewicht und Fettleibigkeit sowie anderen Stoffwechselproblemen. Die Kalorienzufuhr sollte deshalb reduziert werden, um ein gesundes Körpergewicht zu erreichen. Außerdem sollte man bei diesem Körperbautyp nicht zu viel Salz einnehmen, da das zur Ansammlung von Flüssigkeiten führen kann. Empfohlene Lebensmittel Wenn du einen endomorphen Körper hast, besteht die richtige Ernährung für deine Figur aus, gesunden Fetten, wie Olivenöl und Avocadoobst und Gemüse, das viel Wasser enthält, Vollkorngetreide, magerem Fleisch und Fisch folgende Lebensmittel sollten so selten wie möglich auf dem Speiseplan stehen, fast fortunverarbeitete Lebensmittel, natriumreiche Produkte, Zucker- oder kohlensäurehaltige Getränke, Süßigkeiten und Backwarenbewegung zusätzlich zu einer gesunden Ernährung ist Sport für enomorphen Menschen sehr wichtig. Es empfehlen sich täglich 30 Minuten Fitnessübungen in gemäß sichtem Tempo. Gehen, Jorgen oder Fahrradfahren sind Aktivitäten, die perfekt geeignet sind, um das Körpergewicht zu regulieren. Sobald du abnimmst, solltest du auch zwei- bis dreimal pro Woche Krafttraining machen. Es ist nicht immer leicht, herauszufinden, welche Körperform wir haben, denn es können auch zwei Formen gleichzeitig zutreffen. Meist ist jedoch eine herausstechende Tendenz festzustellen. Welchen Körperbautyp hast du? Wenn du versuchst, deinen Körper in Form zu bringen, ist es wichtig dies zu wissen, um die richtige Ernährung zusammenzustellen.